Jetzt fahren wir wieder in den Golf zurück, Karolik oder Golf Die Wartensiedlung Die Wartensiedlung Sehr schön Sehr schön Das ist eine ganz ruhige Anlage Klar, hier kommen nur Leute rein, die etwas sind Ich bin keiner Aber ich hoffe mal, dass wir ans werden Ich bin gerade etwas entkältet, wie man es hört Wegen der Klimaanlage Deswegen nimmt mir das nicht so übel Aber Ja, wir sind jetzt hier in Caponego Golf Beach Ich kann mich hier bescheiden Und hier ist auch der König, sein Bruder Die haben hier die Paläste Und Ja Was soll ich dir erklären Hier ist eine Golfanlage Hier ist wirklich alles privat Die ganzen Securities Die sind alle von dem König geordert worden Die lassen dann alle hier Die ganze Siedlung hier Ich kann bewachen Wie man sehen kann Wie man sehen kann Und Ja Wir Haben das Glück, dass wir hier kaufen dürfen Und Ja Superstar von Reduan Der Produzent Startproducer Der Produzent Der wohnt direkt auf die vorne Und Und Fahren wir jetzt einmal rum So Wir fahren einmal rum Der König wohnt auf der Seite Da dürfen wir leider auf Sicherheitsgründen nicht rein Und Ja Wir fahren jetzt gerade hier rum Mitten wir auch Jetzt nach Hause fahren Ja Ja Hier Das haben wir Ja Das sind die ganzen Villen hier Die wir dann äh Gewirtschaften Das haben wir Ja Und Jetzt Ich muss einmal rumfahren Also wieder zurück Na Ja Zurückfahren Dann werden wir Das Haus einfahren können Ja Da ist das schöne gemacht Wir fahren jetzt Einmal wieder rum So Da fahren wir jetzt einmal rein Hallo? Hallo? Ja Willkommen zu Hause Hallo? Hallo? Hallo?